Der Gräfe ist halt typisch Fußballmann für DFB, DFL, man lasst den Diener nicht sterben. So ein Arschloch hat alles verpfeiftet, kein Elfmeter, mir wäre aufgestiegen. Und jetzt, was ich jetzt, da fahre ich weiter in der Bundesliga. So ein Dreck, verpfeife, der dieser Gräfe ist ein riesen Arschloch. Große Vereine rettet mal und Kleine, die es verdient haben, die bleiben einfach am Boden. Fußballmann für DFB, DFL, fickt euch.